Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal Kaze Incredible und heute gucke ich mir alleine albanische Musik an und ja, DJ Gimio hat ein neues Lied rausgebracht, oh mein Gott, seine Lieder feiere ich dieses Jahr komplett, also das geht richtig ab, kapper dich ruhig sitzen und immer tanzen und ja, er ist nicht alleine und hat Wähler, kenne ich jetzt nicht, das Lied heißt Timor Chal, denke ich mal und ja, ist schon in den deutschen Trends und hat fast 400.000 Klicks nach 21 Stunden und ja, ich würde ja sagen, fangen wir mal an, ich bin bereit. Aktion! 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 Wir wollen zwei, wir wollen das schon! Verschendete? Verschendete? Oh! Unnayamdela? Permomenten? Permomenten? Yamkoso? Negimen? Negimen? Yeme, tu ebao? Yeme? Yeme? Tu ebao? Nekong? Nekong? Nekong! Ship! Tung! Tung? Amba! Amba! Oh mein Gott. Leila, sie kann kein Albanisch. Denk ich mal. Okay, das wird schon interessant. Boah, was für eine kranke Stimme. Und dann auch noch so... Also ich bin jetzt kein Albaner oder so. Ich kann das ja nicht beurteilen. Aber es hört sich schon akzentfrei an, oder? Was sagt ihr Albaner so? Oh mein Gott. Koffert! Ooooooh, die kräftige. Hey! Oh! Das sieht doch voll hübsch aus hier. Oh mein Gott, das ist echt hübsch. Hatte mehr Infos abzu ihr, schreibt es in die Kommentare. Oh mein Gott, das ist echt gut. Oh mein Gott, richtig gelungenes Lied, sehr schön, also der Beat typisch DJ Gimio, richtig geil, kann man nur so abgehen und ihre Stimme richtig nice, also hat mir sehr gut gefallen, schreibt mir gerne eure Meinung über das Lied und zum Video in die Kommentare, falls ihr weitere Vorschläge habt zur albanischen Musik, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben auch sehr viele andere gemacht auf dem Kanal, könnt ihr gerne mal gucken, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, vergisst nicht zu abonnieren, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.